Brauchte Unterstützung, ne? Die wirst du nicht bekommen. Weil du bist tot. Ja, genau. Tote brauchen keine Unterstützung mehr. Ich will. Die brauchen nur noch einen guten Liegeplatz. Ja, aber du rennst ja immer weg. Da müssen wir ein bisschen zusammenbleiben. Du rennst bei so 100 Kilometer immer, du. Ich bin das nicht so gewohnt. Du musst... Team ist wichtig. Wir schreiten halt 50 Kilometer, um dich zu retten, wenn du irgendwo im Dreck liegst. Ja. Aber das machst du ja nur, weil du das Motor vor Dienstkreuz haben willst. Nee. Nee. Pass auf, die kommen von unten. Boah, ey. Du hast schon wieder das Kampfgebiet zu Ende. Was ist da los? Ich bin ins Wasser gefallen. Ich hoffe, du bist Schwimmer. Nee. Das ist doch das Problem. Achtung. Ein bisschen gucken. Ich bin hinter dich. Ach du. Da sind wir ja. Hast du ihn? Ja. Wir sind bei Armen. Wir können direkt hoch und alle töten, ne? Ja. Auf geht's. Rein in die Masse. Ja. Das machen wir auch. Ich bin schon mitte drin. Okay. Achso, jetzt war er noch von uns. Ich lieg direkt an der Warne. Da hast du nicht mal Einsatz. Eroberung. 300 Heptik. Entdeckung, Baby. Entdeckung, Baby. Yeah. 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 Tod. Brücke. Aufgeschlitzt. Ja. Da geht's. Hier ist nicht mal ein Kampfgebiet gewesen. Doch, doch. Wie auf dem Klo. Gerade als ich abdrücken wollte. Geht's in die Hose. Yo, ich bin bei dir. Ja, aber der schießt leider auf mich. Wieso? Au. Ich hab'n noch gesehen, den Sniper. Und dann... ...läuft der wie ein Hase. Warum ich zu meinem Prozess war? Die Temperatur so hoch. Ich hab' dich klagt. Hab' ich doch mal nie. Schade. Was? Hast du fast gekriegt, den Bursche? Ja. Ja. Hast du mir aber zugeguckt? Ich war grad tot. Aha. Hast du hier eingesehen, wie er rumgesprungen ist? Wie so ein Hase. Ja, der ist dafür. Hahaha. Ja. Der ist erschrocken. Au. Ich hasse diese Sniper. Und da schieß' ich das Ding drauf. Hanse. Hat er drum rum. Oh. Was war denn das? Hä? Ja. Kommen sie. Ja. 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 Ich sehe aus, als würde ich auf der Treppe liegen. Da oben. Weißt du, wie weit ich jetzt glauben bin? Teamplayer. Ja. Ja. Na ja, die zwei Meter, die zwei Meter. Das war doch ein Schlag. Und wird noch abgeschossen mit dir. Danke dafür bitte. Hast du ihn? Ja. Warte, ich rette dich. Warte, ich rette dich. Warte, ich bin schon wieder da oben. 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 Das gibt's doch gar nicht. Sexy, ich komme. Tot. Wir haben aber jetzt wirklich alle auf mich geschossen. Du wieder. Dann nimmt er mir ja noch ab. Was muss das jetzt? Ich war's los. Yeah. Ich lauf jetzt Richtung A. Warte mal. Du musst erst die Katharina Valente retten. Ach, lass die alte Hexer. Nee. Ich steh auf die. Also auf die Musik. Echt? Ja. Ich hab's schon ewig nicht mal gehört. Seitdem ich bei Mutter und Ausgezogen bin. Diesmal Facebook. Achso, naja. Lebt die überhaupt noch? Ja, Facebook ist die. Persönliche Freundin bin ich. Ich bin der 50. Mädchen unter dem Buben. Weißt du doch. Oh, jetzt hab ich so lange... Wieso hatte ich denn keine Granaten mehr? Danke, merci. Au. Wir gehen jetzt von hinten an. Über den Back. Okay. Bist du bei mir? Nein. Ich muss den Panzer hier. Mit dem Panzer eine überziehen. Ich bin jetzt oben. Oh, ich hab einen Soldaten erschossen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Den hast du weg. Lebst du nochmal? Er hat mich geschossen. Ja, gerade so. Ich bräuchte mehr Medizin. Kann ich dir leider nicht helfen. Nur mit Munition. Gibt's ja mal einen Sanitäter, der mir mein Medizin an den Hals schmeißen kann. Du. Ich hab immer E-Botus bei. Bei Drucker fern ich auch mal Schmerzstiller dabei. Auf jetzt. Ah geholt. Da sind sie. Auf jetzt. Auf. Nein. Ich weiß. Das hat mich gesnipet. Oh nein. Brauch ich die Unterstützung, ne? Die wirst du nicht bekommen. Und du bist tot. Ja. Ja. Genau. Tote brauchen keine Unterstützung mehr. Ich will. Die brauchen nur noch einen guten Liegeplatz. Ich hab einen Transporter zerstört. Ich hab einfach Druck gehalt. Ich hab viele gedrucken. Muss man hier in Deckung bekommen, wenn man sich erwischt. Diese Schossen auf die Kelle. Boah. Der Panzer. Aber jetzt. Aha. Druck. Killhilfe. Oh. Ich hab ja meinen Arsch riskiert. Aber sowas von. Ich war tief im. Aber nicht für mich. Nee. Naja. Tief im Feindgebiet. Aber jetzt. Uiuiui. So. Jetzt häng ich am MG. Jetzt kommt ein riesen Bumms. Ah. Ich hoffe, dass ich diese. Gottverdachten Scheißding in der Luft gehalte. Auf. Wo sind die alle? Da hinten ist ein Panzer. Du bist ja kein Sanitär mehr. Nein. Hier war doch gerade einer. Oh. Warte. Ah. Wie ist es aufgefallen? Ja. Tatsache. Man möchte es nicht glauben. Ah. Lässt du dich erschicken? Ey. Guck mal. Es war ein Auto. Das war viel viel schneller als ich. Naja. Mit 10 Kugeln im Arsch. Da fliegst du ein paar Meter. Du fliegst doch da. Oh. Ey. Du liegst wo da noch? Nein. Ich geh. Nein. 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 Ja. Ja. Wo bist du? Unschlagbar. Ich rette dich. Ich bin nicht tot Schatzi. Achso. Dann rette ich nur mal einen von unserem Team. Ja. Das darf man. Und dann bist das nicht mal du. ich dachte ich war in sicherheit da oben sind die wieder haben den bägen ok das geld verboten bergverbot er liegt hier um wenn du mich mal retten tust liegst dich gleich neben da so ein scheiß ja ich jetzt schreibe ich mal oben hier durch die berge machen die jetzt weg das ist nicht richtig ja das ich komme jetzt ich laufe hier ganz links außen am berg und dann breche ich oben durch die baggatelli ist auch dabei ganz schön weit weg da ist nichts mehr doch hier ist schon einer kill hilfe ich habe noch einen von den zwei du rennst wie teufel ja ich bin so wie gar nicht in der leibhaftiger ja geil da wäre ich gerne mit superkräften und so ich baue ich bringe hier eine kanone mit jetzt baue ich ja mal die scheiß kanone auf ich habe noch nie in dem spiel eine kanone aufgestellt halt raus jetzt habe ich vergessen was ich sagen wollte du bist alt man ich stürm dir mal leute hier das wird nichts wir gewinnen krieg nicht wenn ihr glaubt er hat gar kein disco da müssen wir ausnahmsweise halt den machen ach so was teamspeak so wir haben der peck gleich erobert geh mit dem kopf weg wenn ich schieße hier ach da passiert doch nichts ich meine dich ich habe den anderen gemacht ach so so sieg meilenweit was hat der sieg ist unser vom nappel bis zum brunze eins machen wir noch 13 ich will erstmal eine rauchen du weißt es doch hey geil ja wir haben es geschafft du bist nicht mit dabei nur wir wer